So, und da sind wir wieder bei Plock. Das letzte Mal haben die Sonic Sokora aller Zeiten und ich Potapota erledigt. Und nun ist unsere Heimatwelt Famosa von Flöden befallen. Und da werden wir uns mal die nächsten 20 Minuten drum kümmern, würde ich sagen. Sobald ich das mit der Steuerung wieder raus habe. Einen Moment bitte. Schneiden. So, jetzt vielleicht? Ja, nicht schneiden. So, wir sehen schon, Zielscheiben, was macht man mit Zielscheiben? Mann, schmeißt Glieder drauf. Und die kommen auch hier wieder. Großartig. So, und das sind natürlich Bienen, äh, Wespen. Ja, es geht gut los, wie wir sehen. Ähm, ich habe jetzt auch schon einige Tage nicht mehr aufgenommen, muss mich da wieder dran gewöhnen. Gebt jetzt wieder zusammen. Ja, ähm, und die hängen halt immer an einem Kleiderbügel. Denn was macht ihr sonst mit euren Gliedern? Wir müssen die Flöhe bekämpfen. Flöhe sind bekanntlich in Eiern, das sind sie wirklich. Sind blau, haben nur Beine und Augen und, äh, klauen Fahnen. Geiles Spiel. Wie ich dieses Spiel liebe. Großartige Musik. Ähm, die Eier haben aber witzigerweise einen Timer. Und, ähm, ja, das ist das Blöde an den, äh, Flöhen. Irgendwann sind alle Eier einfach offen. Ach, die Musik ist wieder so laut. Ähm, ich nehme mal kurz meine Kopfhörer leiser. Wenn euch irgendwie der In-G... Achso, ich habe sie schon sehr leise. Okay. Ähm, wenn euch der In-Game-Sound mal zu laut oder so ist, sagt einfach Bescheid. Ähm, dann... Wenn der In-Game-Sound im Verhältnis zu, äh, meiner Stimme zu leise ist, sagt einfach Bescheid. Äh, ja, dann schauen wir mal. So, also dann mache ich den In-Game-Sound nachher ein... In-Captasia leiser. So, ich habe ja vor diesem Level einen Safe-State gesetzt. Wenn ich alle Leben verbraten habe, kann ich ihn neu laden. Ah. So, drei Treffer brauchen die Flöhe. Und das machen die besten Gegner killen. Ihr seht unten die Floh-Anzeige. Immer wenn wir einen Floh, äh, quasi besiegt haben, äh, wird sie um eins weniger. Und dann kommt unsere Fahne wieder. So, Flöhe können nicht im Wasser überleben. Das kennen wir auch. Wenn wir uns... Also, die Warn-Gamer unter uns kennen das nicht, aber, ähm... Denn, Flöhe, wenn man sich oft genug wächt, kriegt man keine Flöhe. Ja, apropos waschen. Habt ihr The Beauty and The Nerd gesehen? Vor einiger Zeit. Also, Donnerstag. Es ist so eine furchtbare Sendung. Also, dass es so dumme Tusten gibt wie die Beauties, klar. Aber so nerdige Nerds kann es einfach nicht geben. Das möchte in meinen Nerd-Verstand nicht rein. So sahen die Nerds doch früher nie aus. So sahen ja noch nicht mal die Gamer aus. So sehen noch nicht mal... Ja, doch, Lateinstudenten sehen so aus. So, manchmal klappt das mit dem Sprung nicht. Das liegt an dem Analog-Stick, weil ich ja hier nicht mit dem Super Nintendo Controller spiele, sondern wie immer mit dem großartigen Xbox-Controller. Die Level werden jetzt auch erheblich länger, als ich noch auf Potapotar war. Hier war doch irgendwo... Da. Das ist tatsächlich auch eine Warp-Zone, aber wir brauchen Lebensenergie. Ich hätte gesagt, wir spielen ohne Warp-Zones. Ein Flo. Zum Glück hat Plock keine Ohren, wo man früher reinsetzen könnte. Da schreit Plock bei solchen Witzen. So. Ich hol mir aber meinen Arm wieder. Es gibt auch Level... Ein Level, glaube ich. Da muss man... Da muss man seinen Glieder verschießen. Da hat man keine Chance, sonst durchzukommen. Oh, ich hatte nur noch... Nein, nicht stimmen! So, ich muss die Flohfahne finden, denn die Flohfahne... gibt mir Kraft. Da ist sie. Sie lädt meinen Lebensenergie auf. Warum wollte ich das abschießen? Nun ja. Wir haben noch ein paar Flöhe vor uns. Ja, wenn man die Flohfahne... Normalerweise findet man die Flohfahne nicht, bevor man seine eigene gefunden hat. Die Level sind schon so aufgebaut, aber kann man natürlich. Und wenn man nicht weiter weiß, kommt halt auch dieser Pfeil. Ja, und überall, wo es so blau ist, ist es Floh verseucht. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht Floh verseucht genug. Aha, hier wird es immer mehr. So, und die Blöcke kann man mit seinen Gliedern kaputt machen. Ah. So. Da oben ist noch einer. Wir müssen noch drei Flöhe füllen. Ihr merkt schon, auf Potapotar war das ungemein weniger. Kennt ihr noch das Club Nintendo Heft? Das habe ich glaube ich schon mal gefragt. Äh, ganz groß damals. Äh, auch immer mit den Comics mit Mario. Da kam, das kam gerade raus, Marios Picross. Und, ähm, haben sie Mario so als Archäologen dargestellt. Und, äh, was sagen, sagen die dann natürlich, äh, wer ist dieser Arsch, äh, Ologe? Und wie ich schon mal öfters geneigt war zu sagen, ich weiß nicht, was, äh, Großhauständer immer so übersetzt. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Und mir fehlen noch zwei Flöhe. Ich glaube, wenn man stirbt, muss man alle Flöhe wieder finden. Das will ich, das möchte ich nicht. Hep, so wieder da hoch. Ja. So. Fliegen wir wieder mit dir. Hep. Fliegt auch erheblich schneller auf, auf schwer als auf leicht. Und geht auch erheblich schneller kaputt. So. Wo können diese Zweifelöhne denn sein? Hier waren wir ja schon. Hm. Holrio! Können wir hier unten gucken. Ja. Okay. Fahren ist ja da hinten. Da war doch noch eben, äh, noch so ein Muschel. Genau. Ob das runter geht. Geh mal doch einfach mal. Ha. Komm näher. Da sind beide. Ich würde euch nicht zu nahe kommen. Angst. Ja. Hep. rückwärtig besiegt. Was ist denn hier unten? Ah, es geht. Okay, auf zur Fahne. Die Fahne fliegt automatisch bis hier. Ach ja, okay. Hätte man das Ding nicht gebraucht. Also ich habe auch von der letzten Welt habe ich nur gelesen, aber da freue ich mich schon so drauf, weil ich es noch nie gespielt habe und wenn man Let's Plays macht, muss man ja einfach sagen, äh, dann ist man quasi gezwungen, dieses Spiel auch durchzuspielen. Es sei denn, es ist sowas wie Skyrim oder so, was ich auch sehr gerne gezockt habe. So, dann hier unten lang. Dann wieder da hoch. So, und ich hätte gerne an... Okay, ich habe die Dinge schon eingesammelt. Ah, doch keine Flöhe. Die braucht man nur einmal zu besiegen. Wäre auch ein bisschen ätzend. Okay. Brauchen wir jetzt nur noch da hoch. Hepp. Braucht man nicht mehr. Ja, und diese Stacheln ziehen echt viel Lebensenergie ab. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon 10 Minuten an dem Level gesessen, aber schon der Helf hat man schon halb poter poter rum. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube nicht, dass es ein ewig langes Let's Play wird. Ich glaube, Tohomon wird uns noch etwas länger beschäftigen. Muscheln, 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 Lebensenergie. Geh runter. Ach, ich brauche nicht alle Glieder. Boah, ich nehme sie aber vorsichtshalber mal mit. Ich glaube, dass die Fahnen auch die Glieder dahin teleportieren, aber bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das Plock Continue holen wir uns aber noch. Nichtsdestotrotz. So. Dieses war der erste Streich. Ja, Plock. Aber er freut sich jetzt immer über seine Fahnen. Ist das nicht schön? Nächstes Level. Hier kommt Plock. Der famose Kammerjäger. Durchaus. Wenn ich mich richtig erinnere, dauert dieses Level ewig. Ja. 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 Zu verkaufen. Guck mal, was sich hier befindet. Ah, die Dinger. Da muss ich gut vorstehen, um die kaputt zu kriegen. Gibt noch eine andere Möglichkeit. Aber war das das, was ewig dauert? Aber dieses geile, äh, diese geile eine Schnelle hatte. Die holen wir uns natürlich. Und müssen wir aber von unten dran. Ähm. Also diese Wespen sind unheimlich hilfreich, sonst würde ich da nicht so verspringen. Ja, und richtig springen ist übrigens auch ziemlich hilfreich in diesem Spiel. Ach ja. Nach rechts kommen wir bestimmt auch noch. Ich weiß gar nicht, gibt man sich heute noch so Mühe bei Jump'n'Rolls, dass das alles so getimt ist? Ich glaube, ja. Guck mal, was ist uns hier erwartet? Ah ja. Bitte, juhu, Glück gehabt. So, hier. Einmal rundherum, bitte. Und einmal hier hoch. Und hier oben ist nämlich schon die Flagge. Vielleicht nehme ich noch mehr für das Beste mit. Die Flagge spare ich mir erstmal auf. Ja. Du möchtest schräg runter. Ich habe das auch gar nicht mehr so im Kopf, wo es da lang geht. Aber da hilft nur eins. Ein beherzter Sprung. Hier geht es nicht rüber. Okay. Komm, auf der anderen Seite. Ja, man kann auch überall daneben springen. Gucken wir mal, was recht so ist. Müsste ja eigentlich... Ähnliches sein. Also hier musst du irgendwo... Mann. Hm, da muss ich lang. Ist das Level nicht symmetrisch aufgebaut? Scheinbar nicht. Äh, hier. Und die Flöhe sind schon aufgewacht. So lange habe ich gebraucht. Ah, plocktastig, plocktastig. Ah ja, falls man runterfällt. Okay, hier geht es tatsächlich lang. Ja, genau, ich hole mir das noch nicht. Also wenn ich nur noch auf einem Bein bin dann. Uh, gleich schon kaputt. Ja, ich habe mich noch nicht an, an den Schaden der Gegner gewöhnt. Entschuldigung. So, ja, meine Schuld. Seht es mir nach, aber ich glaube, ihr habt viel mehr Spaß daran zu sehen, wie ich kaputt gehe. Ich habe auch gar kein Safestead gesetzt. Eins, zwei, drei. Ihr macht das bitte. Ja. Danke. So, falls ich hier dann mit der Seite fertig bin, kriege ich mir die. War ein guter Zeitpunkt zurückzugehen und sich die Flohflagge zu holen. Ja, dafür bleibt auch noch Zeit. Also, ich kann mit einem Bein nicht so souverän laufen und die Screw-Attack machen die Block. Ja, aber Zeitpunkt, um ein Safestead zu setzen. Cora, geh bitte vom Kabel runter. Sie behindert mich, wo sie nur kann. Ach, wenn man diese Bienenstöcke kaputt macht, ist da auch eine Frucht drin, aber da muss man auch gut für stehen und ich glaube, ich kann die gar nicht von ihr treffen. Die Flöhe sind ja glücklicherweise wieder weg. So, Safestead ist gesetzt. Nachteil ist natürlich, wenn ich den Safestead lade, so als Continuum, muss ich auch die Flöhe quasi alle wieder besiegen, aber das ist dann ja halt das Continuum, ne? Mann. So. Ha! Man darf hier echt nicht viel betroffen werden. Hm, hm, hm. Aber deshalb ist es ja auch schwer und Spiele sollen herausfordernd sein. So. Überfolge den Muscheln. Ein Geschenk. Na, was bin ich jetzt? Ich glaube, das ist Sherlock Block. Nein, das ist doch das tolle Level. Und ein Bonusblock. Direkt mal drei Flöhe dezimiert. ologist. Ja, Lebensenergie. Sehr schön. aber das hat erheblich geholfen. Vielleicht hat man das Level noch. So, mit einem großen Sprung da rüber. Oh Gott, die Dinger kann man ja nicht besiegen. Mit einem großen Sprung auch da hinüber. Mit einem kleinen Sprung da herunter. Ah, den hätte ich sicherlich vergessen. Sehen Flöhe wirklich so blau aus? Hepp, hepp. So, zwei noch. Einer war ja hier. Ich halte mich aber mal noch hier auf. Ah, ich stirb nicht, Spreng. Ah, hat mich nicht mehr getroffen. Gut. Ah, ich glaube, das machen wir noch vor zu Ende. Kann nicht so schwer sein. Hier runter. Ja, runter ist der letzte. Genau, ah ja, das hat mich beim ersten Mal so abgefuckt. Den hatte ich vergessen. Bin dann den ganzen Weg zurückgelaufen. Ja, um meine Glieder zu holen. Yo, ich erinnere mich. Das kann jetzt einen Tacken dauern. Muss es aber nicht. So. Ja, so springe ich. Genau. So soll ich nämlich springen. So. Dann kann ich nämlich zurückhüpfen und komme dann am Anfang nämlich wieder aus. Das ist aber nicht das Level, wo ich meinte, wo man dann alle Glieder verliert. Jetzt geht es nur noch hier hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob hier bei den Muscheln ein Bonusblock rauskäme. Aber hier haben wir eine Fahne. Oh, die holen wir uns noch. So. War das schon alles? Ja, du bist gestorben, mein Lieber. Und jetzt schnell nach Hause. Hm, zu Hause machen wir auch noch. Denn hier folgt dann, ähm... Ihr seht ein Floh und dann folgt nämlich das Besondere. Ich habe dich berührt. So, hier. Rambo-Block. Ja, und werde natürlich von einem Floh auch getroffen. So. Was aber passiert, wenn wir die Fahne hissen? Das seht ihr das nächste Mal, wenn es wieder heißt Plock mit mir, Fudel und der sonnigsten Chore aller Zeiten. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren. Bis dann.